Seit einiger Zeit frage ich mich, warum etwas Natürliches wie Blumenerde in Plastikschläuche verpackt wird. Könnte man nicht etwas wählen, was natürlicher ist, was im Wesentlichen oder vollständig aus nachwachsenden oder natürlichen Rohstoffen besteht? Und dann lernte ich eine Firma in Rüthen kennen, die Firma Kleeschulde Erde, die sich genau die gleiche Frage gestellt haben. Und da kam Expertise aus dem Bereich Verpackung und Verpackungsmaterialien und aus dem Bereich Erde zusammen, sodass wir uns dann dem Projekt gewidmet haben, gemeinsam. Es galt drei Problembereiche zu lösen. Als erstes, die Erde hat einen sehr hohen Feuchtigkeitsanteil, nämlich mehr als 50 Prozent. Zweitens, die Erde hat einen niedrigen pH-Wert und drittens, die Erde beherbergt ein ganzes Heer an nützlichen Mikroorganismen. Die Zielverpackung sollte natürlich sein, recycelbar sein und sollte allen diesen drei Faktoren standhalten können. Aus dieser guten Zusammenarbeit ist der Guardian-Sack entstanden. Der Gartensack für Blumenerde und den präsentieren wir Ihnen hier. Er ist leicht zu transportieren, gut zu öffnen und vor allem wiederverwendbar für Grünschnitt und andere Dinge, die im Garten anfallen. Wir sind stolz, dass zwei Firmen aus Südwestfalen mit dem Guardian-Sack etwas bahnbrechendes geschafft haben.